Aber so geil, ich hab 13 Hits bekommen und davon bin ich einfach mal 10 ausgewichen oder verwirrt. Dein Glück. Aber das ist, aber du siehst doch, mir hat, ich glaub viermal oder so war das echt einfach Lack, ne? Alter, bei mir auch, ich klicke und in dem Moment hab ich eins. Ich hab, wo? Ja, das meinte ich ja, davor wo du nichts frei hattest und nur 10 kam, hurra, oder 20 und das war einfach kein Grit der Steinbruch. Ja, Urglück. Urglück, Alter. Urgeiles Video. Mit Jägerräts noch dazwischen auch und urcoole Sachen. Echt. Ich hab Ausweichen drin und das hab ich drin, Alter. Urcoole. Ja, das ist... Also mit einem Fernkämpfer ist das Ding einfach auch artig eklig. So, weiter geht's. Gleich, warte, ich bin noch beschäftigt. Quark muss ich erstmal selbst belohnen. Ja, kommt. Weil ich muss das halt zum Beispiel immer so machen, ich muss immer diese dusselige Säule halt zwischen dem Troll und mir haben. Damit er mir keinen Steinwurf gibt. So, ich geb' mir mal ne Bubba, hier ist immer alles cool. Kann dieser Scheiß-Troll jetzt langsam mal weggehen? Habe ihn unterbrochen. Heilzeichen ist oben. Schrei kommt. Was ist mit zweitem? Hast du den? Nein, nein. Habe ich? Ernsthaftes drauf. Passt. Jetzt brauch ich Heal bitte, wenn's geht's. Ja, kommt. Schabargo. Stunt. Okay, ich schrei in 30 Sekunden, okay. Ich hab uns scheinbar gezogen, ich muss mal schauen, ich hab zwei Schüsse gemacht auf den. Heal-Range. Okay, warte, ich stehe einen Meter falsch. Ja, Moment. Moment, ich bin gestunt. Ach, f*** das Spiel. Ich bin gestunt. Ja, copy. 40k Heal. Genau, schön Banner stellen. Und dann mal Ernsthafte und das alles. Weißt du, die ist anders. Ich kenne Steinwurf. Im Ernst? Oh. Ich retz. Ich sprint. Sprint. Man retz ihn da. Ja, weiß ich eh, weiß ich eh, weiß ich eh, weiß ich eh, weiß ich eh. Mach ich jetzt auch. So. Ich renne. Bin gestunt. Im Rücken. Sie schlagen mich in den Rücken, Alter. Nicht gut. Das ist nicht gut. Du wirst eh gestunt, also. Drank. Du kannst annehmen. Jetzt werde ich gestunt. Ja, warte. Ich hab nichts frei. Ich hab nichts frei. Ja. Nichts frei. Ich nehme jetzt an. Ich unterbreche, hab. Skillcellich ist ein Boss. Heilcellich ist ein Boss. Zum Glück Stratic hat den Scheren reduziert. Das geschah, wenn du richtig ist. Getroffen hat er dich trotzdem. Ja, ja. Aber St expansiert hat den Schorn reduziert. steinwurf kommt ja ich bin gestunnt ok ich hab bubble ich hab bubble ja und banner kommt auch immer gestunnt ist es so ätzend habe nichts frei zu unterbrechen leider bis voll was für ein im barheel 47 gar triumphierend geil mit einer random gruppe eh nicht alter die inni auf die zwei so ich verstehe ich aber auch nicht dass die inni so krass ist der boss ist hammerhart oder das ist richtig geil wieder mal da muss ich mich voll konzentrieren gerade dass ich da was reiß ich kann nicht unterbrechen kraft tränke wie schaut es akkordechnisch aus passt oder ja ja passt ich hatte ja ja doch ich hatte angewisert immer positiv denken kurz gestunnt ich hab alle heal sitzen mit raus und zwei nico ui zwei sind aber ich hab bubble und ich bin ausgewischt auch ausgewischt macht steinwurf kommt quach soll ich mal letztes ziehen ja ich zieh mir einfach habs ist egal hauptsache ich sterben und zack wieder voll unterbrochen habe ich nichts schade aha ok so wechsel mal target alter ich mache zu viel schaden auf den wechsel bitte targe kommt zweiter nico hm ich zieh mir ne bubble sollte es nicht ausgehen bleib der quach hau ab geh zurück quach du bleibst bitte immer stehen du kannst die akku gar nicht mehr verlieren du gehst dann nicht weg ja haltzeichen komm außer du wirst gekickt dann gehst du wieder zurück ja mein target haltzeichen ja zwei ja aber ich bin den ersten bin ich ausgewischt und der zweite kommt nicht mal an oder doch doch aber die posi ist geil wenn die dann erstmal die ganze zeit hin und her laufen ich bin gestunt dauert ne weile bis ich bei mir bin ja bann und alles ist da 1 0 das war 60k haha ich habe alle buzz rennen alter uhrgeil da kommt so viel incoming heal rein super mach mal schön langsam zur target switch bei 100 dann schon oder bei 80 steinwurf kommt ich geh mit ner bubble habs hab bubble ja zu spät gewesen klar ok und vor dem steinwurf jaaa wechsel target ne target ja jetzt und so ja jetzt ja kommt oh das weiß ich nicht ob sich das ausgeht schweiz doch gehts ich bin eh ausgewichen das ich weiß nicht hier können sie jetzt tatsächlich sogar ausgehen wenn du diese plus parade außer das ausweichen aus der roten linie mitnimmst hab ich und ich spiel in Ausdauer nochmal 10% ausweichen oh fuck ich hab nichts frei ich muss ausweichen yes ja yes nice alter ich dachte auch so scheiße jetzt kommt der eine hat nur mit 30k bis dann ich mach dir nix ja ja den hab ich ja darunter geschoben mach dir keiner fläche dann passt ne aber das ist doch wirklich oder das so eigentlich das Spiel ja der musste top bequipten für das sehr ernst ja ja ich bräuchte sogar ehrlich ich würd mich wohler fühlen wenn ich 80k leben hätte ehrlich gesagt ich mich auch 60k ist das schon und von so mein Target Teilzeichen ja kommt Wurfs gestunnt Steinwurf kommt ist drauf letztes ist drin oi bist du der Prats ausreichend letztes alter also schon wieder gestunnt ja ich geb meine Bubble ok ich geb meine Bubble noch ist egal lieber leben oh ich krieg 2 3 alter ich darf nicht ich darf nicht ich darf nicht ausgewischen ausgewischen getroffen und noch ein ne ausgewischen boah das ist ey das ist mach Damage jetzt mal komm ja ich bin es gibt dir doch mal Mühe Nico nein aber jetzt mal hier Concentration ne ja 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 passt ich bin voll ich schrei bausenlos alter ich hab 60 mal schon geschrien glaub ich gefühlst gefühlte 60 letzter wenn einer kommt dann da noch Banner steht waaah wär schön wenn du einen Tick zurückkommst wieder zwei kommen hier ne passt das so Steinwurf kommt ich kann nichts machen ich hab nichts frei absolut nichts ein Heiltrank hab ich drin hat's ungepänkret den heal noch und den heal noch ach jess wir hauen auf Kurat der Heilzeichen ist oben passt passt so wir sind jetzt alle vorbereitet ich kann nicht nein nein wir haben noch nicht es sind aber ich hau den einen 50er ein bisschen noch runter genau ich mach mal alle auf 20 jetzt ja ich hau den Boss ok einer kommt ich fang mit dem Boss an der ist gleich auf 20 oder ist einer bei 12 ich unterbreche Boss gestunnt einer ist bei 3 wieder da Boss ist 24 den mach ich ich mach Boss ja mach ich mach den Boss ok ich hab einen umgang oder? ne ne noch nicht ja jetzt jetzt haben sie hause uns let's go let's go ich nehm die Axt let's go Wegwerfen letztes ist drin alles drin keine Heilung mehr Damage 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 Yes Jäger hat den Hardmode geschafft wirklich nice so fuck gut einfach hier schon was drin sein nein ok ach aber jetzt wirds einfach nico aber ich geh jetzt einmal eine rauchen ja glaube ich auch warte mal bitte das ist eine die vor dem die 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 diese die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020